So, nun wird es Zeit das Bundesland zu wechseln. Und dafür muss ich über eine Brücke gehen. Diese Brücke ist es jetzt. So, ich befinde mich noch in Baden-Württemberg. Und gleich, wenn ich die Brücke überquert habe, bin ich in Bayern. Die Brücke ist jetzt so schön, es wird gefilmt. Fertig sind es ein bisschen zu sehen. Oh, das ist nur ein bisschen zu finden. Bitte dreh da dich. So, das ist jetzt so schön. Willi, bitte bitte. Wien, Ein Alltag, in der Kirchen Kronen. Wenn ich die Ausrichtung, die, 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 die. Das ist der Weg, das ist ziemlich schön. Ja mei, wir sind in Bayern. So, ich laufe nun in Neu-Ulm herum und ich hoffe, ich finde den Weg, den ich eigentlich gehen möchte, weil ich bin schon lange nicht mehr diesen Weg gelaufen und ich will nicht meine letzte Bahn verpassen. Die mich zu meinem Bus bringt und deswegen habe ich nur einen Versuch. Lang ist es. Sehr, sehr lang. Na dann wollen wir mal schauen, ob wir unsere Vorgaben, die wir uns vorgenommen haben, heute schaffen. Zwei Teile habe ich schon, ein Teil fällt mir noch. Also für zwei YouTube-Kanäle habe ich schon Content. Jetzt muss ich noch an meinem Kurzfilm arbeiten, die ersten fünf Minuten wollte ich heute fertig kriegen. Ob das was wird? Schauen wir mal. Wo bin ich bloß hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Sieht aber nice aus. Vielleicht hat mich mein Instinkt an die richtige Stelle geführt. Vielleicht liege ich aber ganz, ganz falsch. So, wir werden sehen. Was ich nämlich meine, ist ein Stadtpark in Neu-Ulm. Da war so ein Gelände mit einer Burganlage. Ich weiß es nicht. Es sah auf jeden Fall ganz nice aus. Und da in der Nähe gab es ein Lost Place. Wenn ich das finde, ist gut. Wenn nicht, dann gibt es noch ein anderes Lost Place in der Nähe vom Neu-Ulm. Bahnhof. So, dann wollen wir mal. Auf jeden Fall bin ich schon ein bisschen falsch. Ich hoffe, ich kriege das Ganze noch hin. Mal schauen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, muss ich da unter den Eisenbahnschienen durchlaufen. Nach rechts, am alten Arbeitsamt vorbei, in Richtung meiner Fachoberschule. Aber davor noch rechts. Das ist schon krass, auf alten Wegen zu wandern. Das war ganz schön. Die Search. Okay, hier muss ich dann zum Bahnhof, gut, ist nicht weit. Jetzt nur die zwei Dinger finden, den Park und das Lost Place. Und dann sind wir im Plan. Sieht natürlich auch nice aus. World in Balance. Illuminaten New Old Order. Tja, jede Mauer brüffelt mir irgendwann mal. Ich glaube, ich habe den Park gefunden. Auf jeden Fall, auf der linken Seite ist etwas. Ich suche etwas aber auf der rechten Seite. Soweit ich mich erinnern kann. Ja gut, wir laufen halt die Gegend entlang. Und nach einer alten Festung sieht es auf jeden Fall aus. Also kann es nicht so falsch sein. Weil so habe ich das nämlich in Erinnerung. Das sind also doch... Ich habe mich geüttet, und zwar ist der Park hier, weil da geht nämlich der Weg nach Senden. Ich muss echt da durch und nicht da lang, weil sonst komme ich gar nicht zurecht. Also der Fahrradweg dorthin, wo ich möchte, geht links, also muss ich auch hier vorne links. Hotel, Restaurant, Römerwilla, ok? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich mich gar nicht zurecht, aber ich habe schon mal den Tag derме. Dass ich mich spät. Ich weiß nicht, ob ich das auf dem Weg nach Senden. Ich weiß nicht, du musst, dass ich mich über Essen nicht vernehmste. Ich habe hier noch nieen, ich bin bin. Ich bin glaube, ich bin zuerst hier, dass ich mich für mich pein bin. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben es gefunden, den Neu-Ulmer-Stadtpark, juppie, jetzt heißt es nur noch die Stellen zu finden, weil ich die Dreharbeiten geplant habe. Wenn es noch so aussieht wie damals, es ist bestimmt schon 2018, ich war das letzte Mal 1999 dort, also zu viele Jahre, 19. Ob das Lost Place und das eins von den beiden noch so steht, wie es gestanden ist, das ist auch eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Na gut. Ich mache mal ein bisschen Pause, bis ich mich orientiert habe und dann machen wir mal die Aufnahmen. So. aber ich muss bei beiden kameras jetzt die akkus wechseln also ich werde jetzt hier ein bisschen filmen dann gehe ich darüber dass ich auf die andere seite zu kommen und ins innere dieser festungsanlage da meine aufnahmen machen zum los place 1 gehen der irgendwo hier ist und dann noch das zweite los place versuchen und dann kann sie daheim gehen so 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 so